Das ist ja ein hohes Gebäude, hohe Gebäude sind immer Schiete. Weiß mal nach. Hier können wir erstmal vernünftig fahren, ne? Okay. Aber können wir denn hier, wenn wir mal ins Wasser springen, irgendwas für unser Boot holen? Eieieiei. Mal da. Der ist schon hart geil gemacht, da kannst du ja sagen, was du willst. Okay. Das ist schon sehr geil. Okay. Dann. Komm ich da eigentlich auch mal rein? Dann noch nicht. Ich würde sagen, okay, wir fahren jetzt mal weiter. Let's go. Das war natürlich ein bisschen langsamer. Eigentlich können wir mal ein bisschen Gas geben jetzt, ne? Okay. Okay. Vielen Dank. Schaut aus, als müssten wir da gleich wieder anhalten. Wie sieht es aus? Regeln setzen. Genau. Vorne. Ich habe momentan so ein bisschen Schiss, als ob wir da irgendwo gegen rasseln. Was war das? Was war das? Erdbeben! Ich mag mein Boot. Ich guck mal, was da Sache ist. Man scheint erstmal nix. Cool, okay. Wir können vorne auch rein. Wie sieht das aus? Ja gut, dann, äh, let's go. Ich bin noch ein bisschen unsicher, wann ich hier Gas geben kann und wann nicht. Ich hoffe, dass, äh, gibt sich da mit der Zeit, dass man das irgendwie so gefühlt besser einschätzen kann. Okay, 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 okay. Ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Nein, bitte nicht. Ah, fuck. War schon wieder kaputt gegangen, der Scheiß hier. Verdammte Kacke. Entschuldigung, aber... Das ist ja nur noch zwei, haben richtig? Vielleicht peng? Das ist weg. Ich glaube, ich muss da andere Seite. Oh, warte. Cool, das sieht aus wie so ein... Geil. Aus wie so ein Ding für unser Boot. Das mag ich. Was ist denn das? Okay. Alles klar. Alles klar. Ah, das ist ja geil. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Ähm. Ich mag mein Boot. Kann ich da jetzt hoch? Jetzt kann ich da hoch. Das ist bestimmt Geschwindigkeit, ne? Okay. So einfach wird man mir das nicht geben, schätze ich. Ah, Kohle. Hier, guck mal. Nämlich alles mit... Alles. Schönes Ding. Okay. Kann ich noch mehr mitnehmen? Das wäre ja... Omidable. Das war's. Okay. 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 Alles. Nimm alles mit. Ich nehm alles mit. Sehr gut. Nicht das hier. Nein. Okay. Wir müssen also auch... Zusehen, dass wir Treibstoff und so weiter haben. Voilà. So. Anfeuern. wir brauchen Dampf wir brauchen Hitze so eine Dampflok volle Bahn mit Marzipan würde ich sagen in meinem Boot weiß nicht ob das richtig war da sind lauter Sachen ich fahr einfach mal ich hab keine Ahnung da sind auch noch Sachen ah guck mal siehste okay dann wollte das Spiel dass ich diese beiden Sachen noch mitnehme mehr Dampf mehr Leistung das gefällt mir richtig richtig gut richtig gut was Oh. Was ist das hier? Ich weiß nicht, müssen wir das einsammeln? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme alles mit. Ich weiß nicht, muss ich Gas geben? Damit er das weg schiebt, vielleicht? Ich weiß es nicht. Probieren wir alles. Anscheinend ist das aber auch nicht richtig. Ah, warte mal. Okay, warte, 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 warte. Ich nehme ein Stück hin zurück. Ich nehme ein Stück hin zurück. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir hinfahren müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme an die Ahnung. Ich nehme die Ahnung. Ich nehme die, die Ahnung. Ich nehme die Ahnung. da bleibt uns ja nur eins übrig warte mal ich fahr nochmal es ist schon relativ geil gemacht also da kannst du nix sagen ich hoffe dass ich nur da irgendwie obendrauf kann das war nicht was man das bringen soll aber was ich jetzt mal versuche gar nicht sein irgendwie muss es doch da nicht wenn ich das zum tüffel Oh, das ist nicht so. Lass mal Volldampf. Hier was übersehen? Hab ich hier was übersehen? Ich kann hier nichts machen, das ist ätzend. Was übersehe ich denn hier? Was übersehe ich hier? Was übersehe ich denn 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 hier? Was geht auf und jetzt? Weiter mal. Wir fahren erstmal weiter. Gehen wir Volldampf. Wir fahren weiter. Vielleicht hatte ich auch nur den falschen Gedanken. Gehen wir nicht weiter. Wieso können wir da nicht weiter? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Irgendwas übersehe ich hier. Irgendwas übersehe ich hier. Irgendwas übersehe ich hier. Brauche ich mein Schiff vielleicht jetzt wieder? Komm ich gar nicht. Komm ich gar nicht. Komm ich gar nicht. Was ist sie? Irgendwas schweigt. Bleibt das Ding offen. Und jetzt! Das war's für heute. Was übersehe ich verdammt nochmal? Was soll ich da ranhängen? Was soll ich da ranhängen? Ich kann hier weder rein, noch kann ich hier drüber springen. Oder die Power nicht für. Was soll ich da ranhängen? Leute, ich werde mal danach gucken. Ich mache das jetzt mal Feierabend. Bis dahin habe ich es raus, wie es geht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.